Ein herzliches Konnichiwa aus Japan zu unserer exklusiven Live-Übertragung dieses Spiels im Saitama Studio. Heute geht es in diesem Freundschaftsspiel um die Ehre. Dies mit dem Rheinland von Argentinien. Spiel den kurzen Querpass. Spielt ab. Serginho. Inzaghi. Das war's. Mit dem Kopf gespielt. Und schießt. Da hat nur ganz wenig gefehlt. Und der Trainer nimmt schon früh einen Wechsel vor, da kann keine Verletzung vorliegen. Launzen. Der Unparteiische entscheidet auf weiterspielen. Der Unparteiische lässt weiterlaufen und wartet ab, ob es sich noch ein Vorteil ergibt. Er trifft den Festung. Es gibt Proteste, aber der Unparteiische winkt ab und lässt weiterlaufen. Strafstoß, so darf man nicht in den Zweck aufgehen. So etwas hat auf dem Fußballplatz nichts verloren. Er bekommt den verdienten Platzverweis. Besser kann er den Strafstoß nicht verhandeln. Er spielt den kurzen Pass quer. Er passt weiter. Serginho. Und der Schlussmann fängt unsicher. Ja, schmeckt den Zuschauern überhaupt nicht. Das war eine kühle Attacke, anders kann er es nicht beschreiben. Furchtbar, er muss raus. Serginho. Der Schutzrichter rennt hinüber. Dieser peinliche Versuch, der Unparteiischen zu täuschen, bringt ihm nur eine Verwarnung an. Kurzer Ball auf dem Viertel. Legt ihn ab. Prespo. Und der Schiedsrichter ist sofort am Bremspunkt. Er kann von Glück sagen, dass der Unparteiischen da nicht genug, sondern nur gelb gezeigt hat. Er schaut in die Stadt mitrice. Aber jetzt war los, die Brض einfach weiss nicht. Er hier machen. Aufstem, weg. Weiß nicht.